Herzlich Willkommen bei der AFCT. Thema Form Rolling. Wir sind an einer Superficial Backline. Heute mit dem Part BWS. Wir hatten es selten Mal gesagt, Occuput und Os Sacrum oder Fascia Sacralis bearbeiten und dann erst in die BWS gehen. Damit haben wir sehr gute Erfolge erzielt, dass sich dort die Muskulatur schneller entspannt oder mit der Release schneller einsetzt und die Kunden oder die Athleten auch mit einem besseren Gefängnis herausgeben. Heute an der BWS zeigen wir euch zwei, drei Techniken. Sie zeigen etwas möglicherweise zu arbeiten, an den Schulterblättern eben auseinander zu nehmen. Kann man eben noch eine andere Armstellung machen und wir zeigen euch noch eine Technik, um dann auch auf die vordere Frontallinie auch noch zuzugreifen. Let's go! Fahrradrunken. Schnellel da! Fahrradrunken. Wesch�� alle Pünards! Wächtung. Fahrradrunken. 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 Five schauen! jaws hate. Bebuka. Mein. B ES Picasso ist. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.